Was ist, wenn du mich vergisst? Dummer Alzabea, ich werde dich nie vergessen, Pooh. Versprochen. Auch nicht, wenn ich 100 bin. Wir werden dieses Wochenende arbeiten, Robin. Ich habe meiner Frau und meiner Tochter versprochen, dass wir am Wochenende wegfahren. Es werden alle gebracht. Dein Leben passiert jetzt, vor deinen Augen. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Gute Frage. Pooh? Christopher Robin! Nein! Pooh, was machst du hier? Ich brauche deine Hilfe. Ich habe meine Freunde verloren. Gehen wir der Sache auf den Grund. Achtung, Pooh, ich komme. Also, wohin? Ich komme immer irgendwo an, indem ich von dort losgehe, wo ich gerade war. Ach ja? So mache ich das. Hallo zusammen. Christopher Robin! Wie schön, euch alle wiederzusehen. Oh, danke. Ich muss zurück zu meiner Familie. Mach's gut, Christopher Robin. Vielleicht sind wir jetzt dran, Christopher zu retten. Du musst Madeline sein. Du bist der Bär, den mein Vater gemalt hat. Weißt du, wo er ist? Oh ja. Tiger! Ja! Ferkel! Ach, herrje. Oh, du, Mama, meine Güte. Ich war noch nie fröhlich. Menschen sagen, nichts ist unmöglich. Aber ich mache jeden Tag nichts. Christopher Robin. Nein, pooh, das ist nicht so wichtig. Hm, 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 hm. Hm. Showtime. مر